Da steht der Sackgesicht auf, ja? Kleiner Sackgesicht? Wir sind sowas von bereit. Wenn der jetzt einmal den Mund aufreißen würde, dann wäre es vorbei. Dann würde ich mich so tot erschrecken. Alter, das waren aber alles Zombies. Haben die es einfach gemacht, um sich zu wehren, oder? Oh, Alter! What the fuck? What the fuck? Oh nein! Du Scheiße! Ach du Scheiße! Fuck, 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 fuck! Oh, shit! Magazin, Magazin! Okay, okay, okay. Können wir alles gebrauchen, können wir alles gebrauchen. Oh, holy shit, holy shit! Okay, jetzt... Oh, wird langsam alle Motion. Kettensägel! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich erahne, was kommt. Achtung! Komm schon! Ich muss umstehen hier. Komm schon! Kann ich hier festhalten? Ja. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ist alles so sicher gemacht? Das Ding lebt! Ach du Scheiße! Das Ding lebt! Das lebt! Heilige Scheiße! Merkwürdig! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! 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 Verdammt! Wir würden gerne noch einmal machen. Hey, da hat man einmal den Kettensäger aus, weil sie labert! Und dann kommt so was. Weißt du, als Überraschung. Huch! Ich habe vergessen, noch abzuziehen, ey! Ich hätte nur so machen müssen. Das ist natürlich auch nice, ne? Muss ich sagen. Schon wieder das. Oh nein. Achso, die Waffe habe ich ja weiter weg. Wo hatte ich denn die? Hier eine. Wäre extra dafür fallen lassen. Da. Oh die, mit der habe ich ja Munition. Ha! Oh Gott, ey. Ich brauche keine Heilung. Ich fange auch so hin. Let's go, Freunde. Okay, let's go. Oh. Ah. Oh, guck mal, wir haben schon ein bisschen verbraucht. Find the power switches. Hier. Ha! Ah! Oh! Ah! Ah! Schöne hier nichts. Ja, gar nicht, gar nicht. Oh, oh mein Gott. Komm schon, komm schon. Machen wir es spannend. Oh mein Gott, nein. Komm schon, geh du scheiß Ding. Du verdammtes Kackding. Komm schon, geh du scheiß Ding. Ja, tut mir leid, Leute, aber ihr seht es ja selber, ist halt scheiße, ne, leider. Jetzt können wir mal, ne, ist zu groß. Ist zu kacke, ihr seht ja, wenn ich hier mit meinen Kugeln habe, ich habe ja so viele Kugeln und damit schieße, dann komme ich viel besser voran und weg auch mit meiner Gesundheit. Ich habe die Kettensäge, da müssen die sofort vor allem irgendwas beine oder irgendwas müsste abfliegen, ja, abgehen. Wie eben, was wir gesehen haben am Eingang. Passiert aber nicht und die schaffen sogar noch, mich zu schlagen. Also es ist echt scheiße umgesetzt mit der Kettensäge. Es klingt anfangs so geil, man sieht so, oh, Kettensäge, alter. Aber es ist leider kacke umgesetzt. Die können mich ja trotzdem noch schlagen, vor allem. Pisser. Seht ihr? So komme ich viel besser weg, auch mit meiner Gesundheit. Telefon. Alles klar. Aber wir finden schon wieder Gesundheit. Okay, okay, okay. Alles klar. Licht. Schön abchecken. Alles gut. Licht. Äh, vor allem Licht. Hebel. Alles klar. Jetzt ist es auch hier vorn. Wir haben so viel Muni noch, ey. Wir können eine ganze Horde wegballern. Alles klar. Okay. Okay. Jetzt noch, oh. Jetzt noch hier. Oh nein. Ich muss das jetzt steuern. Aber ich hoffe, hier kommt jetzt keiner. Ist ja unfair. Okay. Ähm. Okay. Was? Ich glaube, das müssen wir erst mal verstehen. Ich glaube nicht, dass sie so gemein sind, aber es könnte passieren. Okay. Okay. Hä? Okay. Hä? Ich muss erst mal noch verstehen. Kommt das alles hier nacheinander? Oder wie jetzt? Guck mal, das ist doch so. Ah, den kommt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, muss ja irgendwas mit oben zu tun haben. Oh. Oh. Guck mal hier da an. Sind hier irgendwelche so in der Terminal? Ach so, deshalb wollen wir. Das ist halt das dafür, wa? Okay. Ich check's. Damit wir an den Kopf kommen. Ach du Scheiße, warum geht denn der Kopf da drin? Die ist dafür autorisiert, für alles. So, Leute. Ich hab's raus. So ein bisschen. Ich hab's jetzt raus, glaube ich. Ey, ganz komisch, dass man erst mal drauf kommen muss, ey. Man kann, das fällt nach dem Pfeil. Immer Stück für Stück kann man benutzen. Dann kommt immer das Grüne, wenn's passt vor allem. Aber, das muss halt immer passen. Und wenn's nicht passt, kannst du irgendein anderes Kreuznehmen verwenden, was du nicht brauchst. Ähm, dann kann's passieren, dass es sich irgendwann ändert, die Karte. Und dann kannst du damit wieder, was dazu passt, was sich geändert, dazu packen. Ich mach's einfach mal. Vielleicht versteht ihr's dabei. Ich find's voll, ey, komisch, Mann. So. Das passt jetzt nicht dazu. Jetzt machen wir einfach hier. So, das passt. Zack. So, was passt denn noch? Ähm. Das würde ja nicht passen. Können wir so machen. Zack. So. Das hier passt auch. Ähm. Nee, das ist doof. Dann machen wir das weg. Zack. Ich bin doch grad dabei gewesen, du Penner. Was ist denn das? Warum haut der mir denn hier alles weg? Passt. 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 Nee, wir wollen runter. Oder so. Passt. Passt. Ist schwer zu verstehen, find ich. Passt. Passt. Passt auch. Passt auch. Oh, passt auch. Das nicht. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Und das hier. Alter, jetzt war gerade Glück, dass wir so eine Dinger bekommen haben. Aber es ist, ich find das echt komisch, ne? Alter, ist das komisch. Dieses Rätsel war ganz, ganz komisch. Erstmal drauf zu kommen. Da muss es schon erklärt werden, find ich. Weil sonst... Klar, da ist das Spiel länger dadurch. Haha. Kann man sagen, Spielzeit ist so und so lang, weißt du? Aber, ja, ist halt doof. So, nee. Ist nicht toll. Zack, das passt. Vielleicht versteht ihr es jetzt, während wir das machen jetzt. Ja, passt auch. Ja. Äh, nee, passt nicht. Nee, das ist auch komisch. Das geht leider nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das hier geht. Das auch? Äh, das geht nicht. Nee, das wäre doof. Ähm, obwohl, das hier könnten wir nehmen. Das würde gehen. Das nicht. Nein. 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 Hm. Na, zu lang. Okay, komm. Dann machen wir jetzt schneller. Das passt nicht. Das passt mir auch nicht so ganz. Nein. So. Dann könnten wir nehmen... Das, ja. Das geht aber nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nope. 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 Yes. 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 Nope. Ja, das können wir auch gleich nehmen. Das auch gleich. Oh, das auch gleich. Und das auch wieder gleich. Sehr gut. Oh. Nein, das passt uns nicht. Das auch nicht. Und zack. Ey, echt komisch. ist, darauf zu kommen auch. Ganz, ganz merkwürdig. So. Nein. Wenn man es versteht, ist es ja okay. Aber erst mal darauf zu kommen. No. 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 Yes. Nein. Ja. Jo. Nee, genau das bräuchte ich nicht. Danke. Nein. Dankeschön. Nee, das nicht. Auch nicht. Äh, nee. Jetzt bin ich angearscht. Oh. Geht. Oh, gerne. Danke. Nee, das nicht. Hm. Auch nicht. Auch nicht. Ja. Und. Und yes. Oh, Mann, ey. Alter. Wir haben's. Wir haben's, Alter. Oh. Alter. War das schlimm. Was? Ich konnte's... Ja, ich hab den Kopf so geholt. Alles klar. Hey, Bill. Hey, Bill. Ich habe den, uh... Obstruction von der Kooling Intake Maschine. Hey, kid. Das ist großartig. Looks like die Temperatur down da ist beginten zu stabilisieren. Wir müssen einfach durch das Ding alive. After all. Ah. Ah. Ich bin ein Problem. One of those assholes got me. Suck his teeth into my arm. Hurts like a son of a bitch. Goddammit, Bill. You got bit? Look. I'll be fine. Better than how I left him at least. If this is the worst that happens to me by the day's end, then I'll count my blessings. Just watch your ass. Quit fucking around up there and get down here. What's the next step? I've been looking for freedom. But I barely understand half of it. I think we need into that medical wing on the opposite side. Call me when you get access. Alles klar. Perfekt. Ein bisschen Gesundheit könnten wir gebrauchen. Wir haben gar keine Maske mehr auf. So. Ich bin ein Zombie. Bill. Ich bin ein Zombie. Greif dich an. Alles klar. Scan the server. Server it. Hat. Alles klar. Aber vielleicht hier auch. Nein. So. Die ist anscheinend für die höchste Stufe. Schauen wir mal an. Die höchste Stufe. Ganz besondere. Level 3. Was war das? Okay. Level 3 Correlent. Labs. Oh. Okay. Okay. Labs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was? Was war das denn? Warum habe ich mich gedreht? Kommt her. Ihr müsst vier. Vier ich ab. Ich bin bereit. Ich habe genug Mundi für euch alle. Oh. Da steht der Sackgesicht auf. Ja. Kleiner Sackgesicht. Wir sind sowas von bereit. Ich würde sagen wir machen gleich einen auf Rambo. Lass mal Rucksack holen so. Let's go. Special Force Einsatz. Oh Gott. Haben wir die Maske noch? Okay. Oh. Jetzt wird es aber auch heiß. Jetzt wird es ganz heiß. Jetzt brauchen wir die Waffen auch. Das sind harte Dinger hier, die ich bei habe. Aber ich glaube, ich habe die Maske nicht mehr, oder? What the fuck? The future. What the fuck? Bill, ich bin in der Medical Wing. Da ist ein Surgical Center, ein Morgue, und was sieht wie ein Kind of Treatment. Hey, man. You've got to see this. I'm almost there, but you aren't going to believe what I just discovered. So check this out. Dr. Pai was part of his team of researchers working on some kind of parasite. She described it as being singularly unique and acquired off-site. Apparently, this parasite is host to some new kind of virus. Extremely contagious in humans. Fast-acting with rabies-like effects. Sound familiar? Bill. Oh, it gets better. They were trying to use it to engineer prolonged life, but instead, they managed to enhance death. They began using living people for their tests, and Dr. Pai was going to try and shut it down. I guess someone beat her to the first punch. You said you see them in the Morgan Surgical Centers? The sound is like a smack in the middle of where we can put an end to this whole damn thing. Here's what I need you to do. Retrieve a specimen from the morgue and take it to the surgical center. There should be a device you can use to extract a living parasite. Oh, scheiße. We need to combine it with a drug called anti-thorazine. With something to do, we can do it here. Sounds like it's our only shot to save your ass. Oh! Uh! I'll call you when it's ready. Du bist viel. Und dieser Bill, der labert mich hier die ganze Zeit am laufenden Bann zu. What? Alter! Und ey, sowas kotzt mich wirklich an, ne? Wenn mich jemand denn so zulabert die ganze Zeit. Okay. 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 Und ich bin da und muss mir gerade mal über Leben kämpfen. Und der redet die ganze Zeit mit mir so. Oh Gott. Komm. Ich weiß. Oh. Tod. Alter. Mistvieh. Ich mach euch fertig. Alter. Guck dir diese geile Waffe an. Okay, weiter geht's. What the fuck? Guck dir das an. Wow! 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 Okay. Wow! 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 da kommt was raus heilige Scheiße da ist über Blut drin na los du Mistvieh komm schon Mistvieh alles klar ist die Pistole bereit? ja was ist das hier jetzt? oh ne schon wieder jemand der mich hier vorlabert komm mal oh 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 nicht dein Ernst oh Gott Hammer Handgranaten Alter. Mist, dass ich es nicht irgendwo ranmachen kann. Kann ich das anstatt... Ah, Granate kann ich hier ran befestigen. Alles klar. Perfekt. Alter. Jetzt haben wir drei Granaten. What the fuck? Das sieht noch nach einem höheren Wesen aus. Nicht einfach nur ein Zombie. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was ist denn hier? Wieso... Ich muss doch noch hören. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Heilige Scheiße. Was ich hier alles getrieben haben. Special Einsatzkommando hier. Hammer. Ist so. Hä, hier geht es doch weiter. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, wir haben noch nicht das Schlimmste gesehen. Es geht hier noch so weiter. Oh Gott, nicht dass hier sich noch Viecher entwickeln. Riesenviecher oder sowas. Hey, wo ist der? Oh. Take a body to the operation room. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Was immer sicher gehen, Bruder, tut mir leid. Siehste? Ja, moin, lass fallen. Alles klar, ich muss sie alle erlösen. Alle. Alle. Alle erlösen. Heilige Scheiße. Was die gemacht haben, Alter. Guckt euch das mal an. Okay. Oh nein. Aber wie? Wie kann ich das machen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich muss ihn hinterher schleifen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Oh shit. Oh. Oh Gott. Oh awesome. Oh shit. Oh shit. Achso, auf dem riesen Bildschirm, Alter. Ich höre was. Wir sind nicht sicher. Ich habe was gehört. Ich bin mir ganz sicher. Hä? Okay, wir gucken mal. Krass. Was? Hier ist was. Hä? Oh! Ach du Scheiße No Patienten Ach du Scheiße, was war das? Da ist ein Vieh irgendwie aus ihm raus Das hat ihn komplett zum Platzen gebracht Guck dir das an Viele Mistviecher Alter Jetzt brauchen wir den nächsten